Hallo zusammen, heute stelle ich euch das Kollatzproblem oder auch bekannt als 3n plus 1 Vermutung vor. Es geht wie folgt, beginne mit irgendeiner natürlichen Zahl n größer als 0. Wir nehmen als Beispiel mal die 10. Ist n gerade, so nehmen wir als nächstes n halbe, also die Hälfte. 10 ist gerade, die Hälfte davon ergibt 5. Ist n ungerade, so nehmen wir als nächstes 3 mal n plus 1. 5 ist ungerade, also rechnen wir 3 mal 5 ist 15 plus 1 ergibt 16. Wiederhole die Vorgehensweise mit der erhaltenen Zahl. Also 16 ist gerade, daher die Hälfte ist 8. 8 ist gerade, die Hälfte davon ist 4. 4 ist gerade, die Hälfte davon ist 2. 2 ist gerade, die Hälfte davon ist 1. 1 ist ungerade, also 3 mal 1 ergibt 3 plus 1 ist wieder 4. 4 ist 4, die Hälfte von 4 ist 2, die Hälfte von 2 ist 1 und dann kommen wir wieder zu 4. Wir bleiben also immer in diesem Zyklus. Die Vermutung ist also jetzt, mündet jede so konstruierte Zahlenfolge in den Zyklus 4, 2, 1. Diese Vermutung ist noch nicht bewiesen, es gibt aber einige interessante Fakten und die schauen wir uns jetzt mal an. Berechnungen mit Computern ergaben, dass alle natürliche Zahlen bis 2 hoch 68, das ist ungefähr 2,95 mal 10 hoch 20, diese Vermutung bestätigen. Aber welche Zahl ist das jetzt hier? Ganz einfach, die erste Ziffer ist unsere Ziffer vor dem Komma und dann fehlen insgesamt noch 20 Ziffern. Die ersten beiden Ziffern davon sind 9 und 5 und dann also noch 18 mal die 0. Insgesamt hat diese Zahl also 21 Ziffern. Manche Zahlen wie die Zahl 10 erreichen den Endwert 1 relativ schnell. Die 10 braucht nur 6 Schritte bis zur 1 und der höchste Wert, der dabei vorkommt, ist die 16. Andere Zahlen wie zum Beispiel 27 braucht insgesamt 111 Schritte bis zur 1 und der höchste Wert dabei ist 9232. Hier das Ganze nochmal bildlich. Für die 10, wie der Weg bis zur 1 ist und bei der 27, der Weg bis zur 1 führt fast bis zur 10.000 und dann erst nach 111 Schritten kommen wir bei der 1 an. Probiert es mal mit der Zahl 7. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Schritte es bis zum Endwert 1 sind und was der maximale Wert ist, der dabei vorkommt. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.